Die Gemeinden sind das erste Glied in unserem demokratischen System. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind sehr nahe von der Bevölkerung und erlauben damit ein Vertrauen zwischen die Gewählten und der Bevölkerung zu haben. Wir arbeiten am Niveau-Kanton sehr stark zusammen mit verschiedenen Partnern. Der Freiburgische Gemeindverband, der Oberamt Männer und die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind sehr wertvoll. Damit können wir regionale, wichtige Projekte zusammentragen. Das immer mit der Idee, das Gut für die Bevölkerung, für die Bürgerinnen und Bürger zu tragen. Ich habe der Gemeinde Erfahrung während elf Jahren gelebt. Ich bin stark mit dieser Funktion aufgewachsen. Das ist eine sehr reichende Erfahrung, die ich gelebt habe. Ich kann Ihnen empfehlen, nehmen Sie das Risiko der Funktion zu nehmen. Die Gesellschaft braucht Ihnen, der Kanton braucht Ihnen und Sie werden etwas ganz ausreichend leben. Meine Damen, meine Herren, engagieren Sie sich für Ihre Gemeinde. Die Gesellschaft braucht Sie und wird Ihnen dankbar sein.